Hallo liebe Zuschauer, zuallererst wünsche ich euch mal ein wunderschönes Pfingstfest für euch und eure Familien und natürlich auch ein ganz, ganz großes Dankeschön, ja, dass ihr meinen Quatsch schon so lange ertragt und dass ihr euch auf die Videos freut. Ich bedanke mich ganz herzlich natürlich auch für eure Likes, für eure Kommentare, ja, und ja, mir macht es mega Spaß, ich hoffe euch auch, allerdings ist es so, ja, zu Pfingsten habe ich beschlossen, dass meine Frau und ich uns eine Auszeit gönnen werden und das heißt, es geht dann erst am Dienstag wieder mit Videos weiter. Das tut mir sehr, sehr leid, aber ich habe leider nicht wie andere die Zeit, dass ich ewig Zeug vorproduzieren kann, deswegen, ja, wie gesagt, jetzt wird es heute und morgen keine Videos geben, ab Dienstag geht es dann weiter und ich genieße auf jeden Fall Pfingsten, schön mit meiner Frau und ich wünsche euch, dass ihr Pfingsten auch schön im Kreis der Familie oder mit eurer Frau, Freundinnen, Freund, was auch immer genießen könnt, ja. Ja, nochmal ganz, ganz großes Dankeschön dafür, dass ihr immer dabei seid, dafür, dass ihr immer mitmacht und dafür, dass ihr meinen Quatsch ertragt, ja, und dann würde ich sagen, wir sehen uns am Dienstag im nächsten Video, ciao, 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 macht's gut und schöne Pfingsten!